Hätte mir damals, vor 6 Jahren gesagt, dass ich heute semi-erfolgreich im Bereich Calisthenics bin, einen armigen Handstand kann und schon annähernd ein Sixpack habe. Servus Leute, was geht eigentlich? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal und ich freue mich extrem, dieses Video hier aufzunehmen, denn es ist eine spezielle Ankündigung und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt, euch das jetzt hier preiszugeben. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich die letzte Zeit ziemlich oft an InDesign dran gesessen bin und mir quasi ein eigenes Fitnessprogramm aufgebaut habe und Leute, es ist soweit, der Tag ist gekommen und das Fitnessprogramm ist fertig, die erste Version des Fitnessprogramms ist fertig. Ich bin extrem stolz drauf und ich freue mich einfach, mit euch zusammen dieses Programm durchzuziehen und zwar werden wir zusammen eine Community Challenge starten und versuchen bzw. wir werden es schaffen, wenn wir uns an das Programm halten und zwar werden wir zusammen einfach nur für den Sommer in Topform kommen. Den Start der Community Challenge habe ich jetzt auf den 6. Juli gelegt, denn ich bin davor nochmal im Kurzurlaub und da ist es schwierig, das Ganze zu starten mit Einkaufen und Planung, Meal Prep und dies und das. Aber das ganze Wissen, was ihr dafür braucht, steht alles im Programm. Ihr könnt quasi jetzt in diesem Moment schon unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, auf meinen Online-Shop und euch das Ganze holen. Und Leute, wenn ihr vor dem 6. Juli das Ganze holt, bekommt ihr auch noch mit dem Code JimDaniels 30% auf das ganze Programm. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und Leute, wieso habe ich denn jetzt überhaupt mein eigenes Fitnessprogramm gemacht, obwohl es eigentlich schon so viele Fitnessprogramme auf dieser Welt gibt? Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass ich früher mal übergewichtig war, ziemlich unsportlich und ziemlich unzufrieden mit mir selber und einfach ohne Motivation, ohne Selbstbewusstsein in den Tag hineingelebt habe und gedacht habe, ich wäre ein Stück Scheiße und ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht befindet sich der ein oder andere jetzt auch gerade in dieser Situation und denkt, er kommt jetzt irgendwie im Leben nicht mehr weiter. Und genau deswegen habe ich versucht, die letzten 6 Jahre meines Lebens, die mich wirklich echt richtig krass geprägt haben, also wo ich eine körperliche Veränderung hingelegt habe, die wahrscheinlich jeder von euch mitverfolgen konnte und ich dafür auch viele Komplimente in letzter Zeit bekommen habe und ich quasi euch helfen will, diese Typveränderung auch zu machen, denn sie beeinflusst einfach euer ganzes Leben. Ihr bekommt ein ganz anderes Mindset. Ihr seid fitter, belastbarer. Es ist einfach nur richtig krass, was Fitness mit euch machen kann beziehungsweise einfach eine gesündere Ernährung, denn Leute, in meinen Augen ist immer noch die Ernährung das Wichtigste und dann ist es eigentlich egal, was ihr für einen Sport macht. Ihr werdet einfach Erfolge sehen und die Erfolge kommen dann ganz von alleine, wenn ihr euch dieses Mindset quasi aneignet und mein Programm basiert quasi darauf, dass ihr dann im Laufe der nächsten Jahre eures Lebens, weil sowas geht einfach nicht von jetzt auf nachher, bekommt quasi das Wissen, also das Startpaket mit auf den Weg und könnt dann selber quasi in den nächsten Jahren dieses Mindset aufbauen, um intuitiv in den Tag hineinzuleben und quasi dann euch gesund zu ernähren und einfach nicht mehr dieses lästige Kalorien zählen braucht oder euch irgendwie zu was zwingen müsst und trotzdem einfach einen stabilen Body beibehalten könnt und quasi dieses Wissen in diesem Programm erlangt. Auf den ersten Blick scheint das Ganze wie ein stinknormales Abnehmprogramm. Erlernt, wie ihr euch einen Ernährungsplan erstellt, wie ihr euren Kalorienumsatz berechnet, wie ihr eure perfekte Makronährstoffverteilung berechnet, all dieses ganz normale Zeug, was selbst sehr, sehr viele Menschen nicht wissen, was allein schon wegen diesem Wissen einfach schon so, so geil ist, ohne Witz. Drüber hinaus lernt ihr, wie ihr euch selber motivieren könnt, zum Beispiel mit Vorher-Nachher-Bildern, wie ihr die nötige Motivation bekommt, um das Ganze dann auch letztendlich langfristig durchzuziehen und natürlich mit Spaß durchzuziehen, denn das steht wirklich an erster Stelle. Ihr müsst Spaß beim Abnehmen haben. Und ja Leute, ich will gar nicht so arg drauf eingehen, denn ich habe ja alles in dem Buch ziemlich gut zusammengefasst. Das Buch ist jetzt nicht so lang geworden, weil ich es einfach kurz halten wollte, um euch mit wenig Zeitaufwand zu zeigen, wie ihr dieses Wissen erlangen könnt und dann auch quasi diese Diät durchziehen könnt. Denn Leute, in meinen Augen fällt den Leuten einfach die nötige Motivation und das nötige Wissen, um abzunehmen. Und dann schafft es einfach wirklich jeder. Das ist einfach nur eine Kopfsache in meinen Augen. Da hole ich jetzt mal ganz weit aus und erzähle euch eine ziemlich krasse Story in meinem Leben beziehungsweise halt einfach diesen Vergleich, der euch jetzt verdeutlicht, dass es wirklich so ist, dass euch die Motivation und euer Umfeld und das Wissen dahinter fehlt, um eure Ziele in egal welchem Bereich, ich beziehe es jetzt aufs Fitness, zu erreichen. Hätte mir damals, vor sechs Jahren gesagt, dass ich heute semi-erfolgreich im Bereich Calisthenics bin, einen armigen Handstand kann und schon annähernd ein Sixpack habe und in dieser körperlichen Verfassung, in der ich mich gerade befinde, mich irgendwann mal befinde, hätte ich ihn ausgelacht und hätte niemals gedacht, dass es überhaupt möglich wäre. Und ihr könnt es quasi in dem Moment noch gar nicht wissen, was alles möglich ist. Wie schon vorher gesagt, mit der nötigen Motivation, mit der Ernährung, mit dem Wissen, schafft ihr das dann auch. Und ja, ich will euch jetzt gar nicht länger auf den Sack gehen. Ihr seht jetzt erstmal das Werbevideo, denn ich habe ein kleines Werbevideo für dieses ganze Programm erstellt. Und ja, let's go. So, willst du jetzt sofort fitter werden, einen definierteren Körper haben oder einfach mal wieder mit einem wohlen Gefühl ins Freibad gehen? Focus Your Life beinhaltet meine sechsjährige Fitnesserfahrung, mit der auch du sofort durchstarten kannst und zu deiner Bestform kommst. Du lernst, wie du dich selbst motivieren kannst, möglichst schnell Fett verbrennst und deinen individuellen, auf dich angepassten Ernährungsplan erstellst. So, Leute, wie ihr jetzt wahrscheinlich in dem Video schon gesehen habt, heißt mein Programm Focus Your Life, Ernährung und Motivation. Und ich habe mich auch speziell von einem Trainingsplan distanziert, denn es gibt wahrscheinlich auch Leute da draußen, die kein Fitness machen und einfach ihr Ding durchziehen wollen, zum Beispiel Fahrradfahrer sind oder einfach nur Joggen gehen. Und deswegen habe ich da jetzt kein Workout-Programm vorgegeben, denn es funktioniert einfach mit jedem Sport. Ihr verbrennt mit jedem Sport Kalorien und könnt somit ein größeres Defizit fadnen und könnt somit der richtigen Ernährung trotzdem eure Ziele im Bereich Fettverlust erreichen. Und Leute, natürlich könnt ihr auch immer noch die Supplements von Prozis konsumieren in der Diät, wenn ihr das Ganze richtig macht. Und ja, da ist zum Beispiel Reatin von Prozis ein ziemlich gutes Supplement oder auch jegliches Proteinpulver von Prozis. Und Leute, ihr könnt immer noch 10% mit dem Code JimDaniels Sparm. Es ist eigentlich eine richtig gute Sache, was ihr jetzt auch mit der Diät kombinieren könnt. Die Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber das wisst ihr ja bereits, denke ich mal. Und jetzt nochmal eine Veränderung, die sich auf meinen Kanal bezieht. Ich habe so den Anschein, dass JimDaniels sich jetzt in der nächsten Zeit immer mehr zu einer, ich sage mal, Personal Brand entwickelt und beziehungsweise sobald ihr einen Instagram-Account macht, seid ihr eure eigene Personal Brand und ihr strahlt dann quasi was aus und die Leute, eure Abonnenten identifizieren sich mit irgendeinem Thema, beziehungsweise verbinden irgendein Thema, ein Topic mit eurer Person. Und ich möchte da jetzt in nächster Zeit einfach weg von diesen Kalorien-Challenges und man assoziiert meinen Kanal, meine Person schon ein bisschen mit 10.000-Kalorien-Challenges und keine Ahnung, einen Tag lang essen, wie mein fettes Ich, das ist ja auch relativ viral gegangen. Und in nächster Zeit möchte ich mich einfach auf dieses Fitness ein bisschen mehr fokussieren und da mehr durchstarten. Natürlich wird es immer noch Kalorien-Challenges geben, Cheat Days geben, denn Leute, Essen ist immer noch mein Leben ohne Witz und ohne Essen, ja, wäre mein Leben halt so geil. Und Leute, so ein Programm, beziehungsweise ein guter Körper, muss natürlich nicht zwanghaft damit zusammenhängen, dass ihr euch nichts mehr gönnen dürft oder keine Schokolade mehr essen dürft oder keine Burger oder keinen Meges-Besuch mehr machen dürft. Ihr lernt alles in dem Programm, wie ihr das Ganze umsetzt, wie ihr dann trotz solchen Cheats beziehungsweise Refit Days eure Ziele erreicht und das ist einfach eine richtig geile Sache und Leute, ich kann es nur noch mal sagen, den meisten Leuten fehlt das Wissen und die Motivation und das Ganze habe ich versucht, in diesem Buch zusammenzufassen, um euch zu helfen, eure Ziele zu erreichen. So Leute, jetzt labere ich auch schon wieder viel zu lange rum. Ich hoffe, ich habe jetzt alles zu schauen. Das erste Video, wo ich mir wirklich Notizen vor dem Video gemacht habe und nicht einfach nur drauf losgelabert habe und dann auch so ein bisschen Struktur in dem Video habe. Meistens verfalle ich dann trotzdem in den Redefluss, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt. Aber Leute, ich freue mich am 6. Juli gemeinsam mit euch durchzuziehen. Ich werde dann auch eine Instagram-Gruppe quasi veröffentlichen, aufmachen, wo ich dann quasi alle Leute reinhole, die sich das ganze Produkt, das ganze Programm gekauft haben, damit man sich dann quasi in dieser Gruppe auch motivieren kann gegenseitig und dann einfach die Erfolge austauschen kann. Was die Community Challenge betrifft. Die Länge eurer Diät oder des Programms, ich sage immer ungern Diät, weil Diät immer ein bisschen negativ assoziiert wird und ja genau die Dauer des Programmes könnt ihr dann selber festlegen, denn ihr habt persönliche, individuelle Ziele. Der eine will nur 2 Kilo abnehmen, der andere will gleich 20 Kilo abnehmen. Geht natürlich nicht in der gleichen Zeit und somit könnt ihr das quasi beliebig oft, solange ihr mögt, durchführen. Ich wollte da jetzt einfach keine Zeit vorgeben. Ich werde das Ganze vom 6. Juli bis Ende Juli machen, also fast einen Monat und ich denke, dass man da ziemlich gut das Ganze dann mitverfolgen kann. Ich werde das Ganze auf YouTube dokumentieren für euch, damit ihr da dann immer am Start seid. Wenn der eine oder andere jetzt noch skeptisch ist, kann er da jetzt erstmal warten. Mir quasi auf YouTube folgen, das Ganze bei mir mitverfolgen, wie sich das Ganze entwickelt und ich habe das Ganze natürlich auch schon die letzten Jahre durchgezogen und es hat immer wieder funktioniert. Deswegen wird es auch dieses Mal wieder funktionieren, dass ich ein bisschen shredder werde in dieser Zeit. Ja Leute, markiert es euch im Kalender. Der 6. Juli gemeinsam starten wir die Focus Your Life Challenge bis Ende Juli. Mega Bock, ich bin mega stolz drauf und ja, das Produkt beziehungsweise der Online Shop, mein Online Shop ist jetzt unten in der Videobeschreibung, ganz oben. Ihr könnt jetzt drauf gehen, könnt euch mal informieren, könnt euch das Ganze durchlesen, könnt das Werbevideo anschauen, könnt das Ganze natürlich auch teilen, supporten und ja Leute, wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Viel zu lang geredet. Haut rein und tschüss. Tschüss.